Ich bin 17, keine 14 mehr. Na gut. Egal. Jetzt dreht sich um alles um Cyber Sunday. Alles um diesen Pay-Per-View. Es würde dich interessieren, dass du für deinen Meisterschaftskreiber Cyber Sunday einen zweiten Gegner für dich organisiert haben. und du hast den ganzen Monat für ihn gestimmt, wenn du vielleicht auch unbewusst. Cool. So schön ist es an der Spitze, ja. Wieder an der Spitze. Juhu. Und... What? Ein 1 gegen 2 Handicap-Match, das ist doch unlogisch, so kann ich kein... Ey, das ist doch bescheuert. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch bescheuert, da muss man immerhin ein Triple Threat machen, nicht ein 1 gegen Tag. Egal, ich besiege die trotzdem. Willkommen zu Cyber Sunday! The Challengers made the champs life a living hell all month. But he may have just fired the champs even more. Or he might have made him so mad, he's not thinking straight. We'll find out, when the rightful owner of the championship belt is decided tonight. Ja, natürlich werde ich der Rechmächte gescheuert sein. Ist ja wohl klar. Kein anderer. Ich habe ihn mir verdient. Und genau deswegen werde ich ihn mir auch holen. He 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 he. Ne, Dwayne? The Rock. Johnson. Was sagst du dazu? Es tut mir egal, was du sagst. Entschuldigung. Ich hatte gerade die Lust. Aber illegal. Und ich bin der rechtmäßige Champ. Muss immer klar sein. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, ein 2-1-1-1-match. Aber er wird zweitendlich, der Nummer 1-kontender hier heute. Der Nummer 1-kontender ist ein sehr resourceful individual, JR. Das ist das, was ihn so gefährlich. Aha, interessante Neuigkeit. Aber gut, jetzt kommt der Champ. Jetzt kommt das Highlight rein. Es scheint, dass die Zahlen immer gegen ihn sind. Aber das hat ihn nicht verhindert, dass er seine Gegner nach seinen Gegnern auf jeden Fall verhindert hat. Und er hat seine Kälte zurück. Das habe ich nicht erwartet. Jetzt schauen wir, ob er es behalten kann. Das hoffen wir natürlich und das werden wir auch. Ich will den Titel auf jeden Fall verteidigen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich will ihn verteidigen. Ja. Ja. Auf jeden Fall. So, wenn die Lade so gern fertig ist, geht es los mit dem Match. Ich werde ihn, den einen Gegner ganz bearbeiten. Und dann, wenn er rot ist, mache ich einen schönen Move. Hau den anderen raus und in der Zeit bin ich, wie letztens mit dem Match. So. Gut. Und jetzt wieder. Super. Gut. Jetzt kann ich die wieder eintaggen. Ey. Lass es. Wages ja nicht. Leg dich nicht mit mir an. So. Gut. Jawoll. Gut. So. Jawoll. Und jetzt pin, pin, pin. Something of an authority. Isn't that right, King? Come on now, JR. Come on now, JR. A man doesn't know what your happiness is until he's married. And then it's too late. So. Ja, boy. There's the tag. That's the way to do it. Gut. So, come. Gut. Excellent counter. What ring presence? Gut. Jawoll. Ah. Lame. Komm. Wechsel mich ein. Jawoll. So. Ich will auch mal, dass die anderen mal angeschlagen sind. Weil ich mach ja auch bleibende Schäden und so. So. Nur, dass ich mal Schaden oder so ein bisschen beschissen. Dass ich jetzt zum Beispiel ein Achilles-Szeneriss habe oder so. So. Gut. Und jetzt. Execution. Nice. Wir machen den Execution. Und. Jawoll. Schöner Move. Schöner Move. So. Nein. Scheiße. Das darf nicht sein. Und. Jawoll. Und. Nein. Jetzt. Jetzt kriegen wir die Nöte Föderung. Nein, 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 nein. Das ist zufällig für dich. Scheiße. Ja, 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 ja. Wunderbar. So. Jawoll. Palm. Und. Ja, schön. Wunderbar. Und jetzt. Wieder ein Finisher stehlen. Und diesmal. Ein heiß begehrter Spear. Schön gemacht. So. Gut. Versuchen wir mal zu pinnen. Und pin ihn. Schön. Und jetzt. Schade. Und jetzt. Jawoll. Jetzt kommt. Jetzt kommt. 1, 2, 3, 3, ja, wir haben den Titel verteidigt, jawohl, die Taktik hat geklappt, Finisher, den anderen raushauen und dann besiegen, sehr schön, alles gut geklappt, alles gut geklappt, puh, und die Siegesserie hält weiterhin, freut mich, freut mich sehr. Und der Challenger ist absolut leidend, das ist einfach schrecklich, J.R., er macht ein komplett Jackass von sich, wenn ich mich fragen, er hat es schon gemacht, es hat es schon gemacht, es hat es schon gemacht, das ist alles Teil der Champ down, ich verstehe das, aber das ist einfach ein Tempere Tantrum, ich weiß nicht, ob er wird noch eine Runde in der Championship, nach dieser Stelle. Nö, auf jeden Fall, er muss erwachsen werden, weil wir haben den Titel rechtmäßig verteidigt, auch legal verteidigt, und ja, seine Spielchen, seine Mindgames und alles andere hat nicht funktioniert, denn wir sind immer noch WWE Champion. Super. Du hast bei Sabus an den Narren aus dem Mönchling an die Kriegspaar gemacht, Junge, sehr gut. Mhm, dankeschön. Freut mich zu sehen. Nach einem harten Kampf triumphiert Champion Shawn Michaels und zeigt, warum er der herrschende Kraft bei Raw ist. Und noch nicht einmal in der letzten Minute von der verschlagenen Queen Candice hineingebrachte zusätzliche Gegner, konnte die Herrschaft von Shawn Michaels als WWE Champion beenden. Edge wurde bei Sabus an der auf spektakuläre Weise geschlagen. Die ganzen Zwischufspielchen hinter den Kulissen sind schlagartig egal. Wenn die Ringlocke ertönt, sagt Shawn Michaels, dann zählen nur noch Können und Mut. Und deshalb trage ich immer noch den WWE Titel. Wer ist der wahretische König? Ich glaube, wir kennen alle die Antwort. Natürlich ich. Und das ist das eine Rache gut. Ich bin der Rache gut. Ich bin der Rache gut.